Sie hat mich hier eben die ganze Zeit in der Pause vollgequatscht, ja. Ja, wir sollen eine Frachtraumverteidigung aufbauen. Und wir sollen uns mit Dr. Inkel... Ihr Bruder glaubte daran. Und Sie auch. Zumindest noch vor Ihrem Selbstexperiment im Simlab. Wie falsch Sie lagen, die Skeptiker. Wir haben uns alle getäuscht. Aber ich wusste, ich hatte eine Vorahnung, dass ich an was dran war. Einmal haben meine Kritiker auf einer TSN-Konferenz sogar die Notizen meiner Rede gegen Zehnerkarten ausgetauscht. Und meine Rede mit Kreisen und Wellenlinien untertitelt. Kindisch. Nicht vergessen, wir brauchen den Auslöscher-Fabrikatorplan, nicht den vom Reployer. Was auch immer ein Reployer sein mag. Okay, wir haben einen Auftrag. Dr. Yu, ich hörte, Sie haben im Frachtraum die Leiche eines Schmugglers gefunden. Quinton Purvis? Mika hat mich informiert. Ich kannte ihn. Ich wusste nicht, dass er etwas mit dem Schmugglerring auf der Station zu tun hatte. Ich dachte, er wäre ein Freund. Ich habe mich wohl blenden lassen. Vielleicht suchen Sie stabile Körper, Wirte. Sie wollen in uns leben. Wie eine Krankheit. Es muss einen Weg geben, einige Geschütze in Betrieb zu nehmen. Ja, den gibt es bestimmt. Da ist die Stromschalltafel. Da ist der Fabrikatorplan. Das ist die Speichertaste. Und mein Maulschlüssel, äh, Schraubschlüssel offline. Der ist da hinten drin. Bei der Stromschalltafel waren wir schon. Da müssen wir raus. Frachtraum B. Da kommen wir auch raus. Ich würde mal sagen, wir holen erst mal den Plan, ne? Das ist doch mal ein Plan, dass wir erst den Plan holen. Hahaha. Was für ein Wortspiel. Ich bin begeistert. Ja, du betrittst Außenbereich. Ohne Helm, wie man sieht. Ist das hier eine Armbanduhr da auf seiner Schulter? Auf seiner linken? Bestimmt nicht. Lade, schnelle! Ja, ja. Die Ladebildschirme. Das ist immer lustig. Dann gibt es die Ladebildschirme. Und dann gibt es nochmal nach dem Ladebildschirm einen Ladebildschirm. Das ist schön. Ich brauche mehr Munition. Mikrogravitation entdeckt. So, hier können wir jetzt erst mal dies entdeckt. Rumpfdurchfrucht, Frachtraum. Die Entdeckten brauche ich nicht mehr anvisieren. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie. Da unten muss ich hin. Ah! Und bin hier mal gespannt. 14 Meter. Ich bin der Meinung, wir waren hier schon. Ah, jetzt brauche ich aber erst mal ein bisschen Ruhe. Vier. Das war meine einzige Kugel. Ich habe hier noch welche. Ich kann mich maximal verteidigen gegen den Weber. Wie immer. Ich habe gehört. Ihr habt gehört, wie oft ich drauf rumgedrückt habe. Hier haben wir noch zwei. Warum stacken die wieder nicht? Wir haben sechs Neuromods. Wo habe ich die hier? Und wir haben noch... Kann ich hier noch was machen? Nein. An der Klo-Kanone können wir nichts machen. Davon haben wir zwei auf sechs. Wo ist der? Bringt ja was. Gar nichts bringt das. Mann. Ja, ist ja gut. Eins. Eins. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich so nicht. Ich nehme mal noch zu eins. Ich kann nicht... Mann. Dreimal drückt man hier auf diese scheiß Maustaste. Das muss doch möglich sein, dass die Steuerung reagiert. Gerade wenn man angegriffen wird. Macht keinen Sinn hier. Das macht absolut keinen Sinn. Nicht ein bisschen. Oh, guckt euch das mal diesen Quatsch an hier. Was kann ich denn gegen diesen verkackten... Weber machen? Ich habe noch eine Waffe hier. Irgendwo da. Das bringt ja total was. Hallo. Jetzt nimmt er die Waffe weg. Ich habe nur die Maustaste gedrückt. Das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Hallo. Danke. Ja, ich weiß nicht, wie man das schaffen soll, wenn man nichts hat. Gar nichts. Keine Ahnung. Nur so eine bepullerte Glo-Kanone. Und das war's. Und ich habe auch in dem ganzen Frachtraum kaum Munition gekriegt, ne? Davon mal abgesehen. Ja, war klar. X F Mann! Oh, das gibt's doch nicht. Ich kann nicht... Mann, ey. Lasst mich doch mal in Ruhe, ihr verkackten Viecher, ihr. So. F5. Das ist auch gleich alle hier. Wo finde ich jetzt das Material? Öffne den Frachtraum. Ich... Ich bin wieder im Inneren der Talosmus und den Chief Elisa öffnet die Türen erst, wenn ich ihrem Team Geschütze beschaffe. Sobald die Türen offen sind, werden alle... Ja, ja. Ich denke mal, ich soll da wieder hin. Hier ist noch was, was ich brauche. Das sehe ich jetzt schon. So, hier können wir hin. Nichts wie rein hier. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, was wir noch brauchen, aber das werden wir ja sehen. Aber, naja. Entschuldigung für das Gemecker, aber das ist so Outlast-Effekt-mäßig. Man hat nix und man kann sich nicht verteidigen. Hier kann man ja nicht mal richtig abhauen und sich verstecken. Da muss man ja hin, wo die rumlaufen. Und wozu habe ich Waffen, wenn ich nicht kämpfen soll? Ganz ehrlich. Frage ich mich wirklich. Doch dieser ewige Munitionsmangel ist ein bisschen nervig und ich möchte die anderen Kräfte nicht verwenden, weil... Es ist kein gutes Karma. Ich will das so schaffen. Ich will. Stromschalltafel. Es sieht so aus, als ob wir zu dieser Schalltafel müssen. Wo wir schon waren. Bewege mich. Nicht. Inflation läuft. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Lassen Sie mich das reparieren. Reparatur abgeschlossen. Danke. Oh nein! Kacke. Ist sie Frachtraum B? Stromschalltafeln. Stromkreis passt. Fabrikator läuft. Sie haben es geschafft. Wir brauchen Sie noch. Also kommen Sie heil zurück. Ja? Warum eiert er denn so? Guck mal, er geht so ganz komisch. So, jetzt wird erst mal recycelt. Endlich. 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 Guck mal was. Ich habe ja auch fleißig gesammelt. Aber ganz fleißig. Oh. Dann kann ich das wieder zurückholen. Äh, Eingabe bewegen. Das gehört hier hin. Kann man die nicht stacken? Ach, das ist eine zu viel. Aha. Die kann auch noch weg. Gut. Acht Stück. Geil. So. Erst mal von jedem ein Mal. Und dann gucken wir mal weiter. Oh. Na, hier ist mal wieder ein bisschen Muni. Wie sieht es mit Medi-Packs aus? Sechs. Reparatur-Kits auch sechs. Okay. Da, Glo. Wir könnten noch diese... Zerleger... Jetzt habe ich gebückt. Die Destruptor-Batterien. Das sind die hier, ne? Nein, das sind die Batterien. Recycler-Ladung. Morgens Zündschlüssel. So, den haben wir auch wieder. Mobiles Geschütz. Rohrzange. 9mm Munition. Dann mache ich noch ein Medi-Kit. Ich weiß nicht, ob wir... hier... Aha. Ich kann mir noch einmal einherstellen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt vermutet, dass das wichtig ist, dass ich das herstelle. Ich kann mich auch irren. Tue ich bestimmt auch. So, I. Äh. Du kommst hier hin. Du kommst auch hier hin. Du kommst auch hier hin. Du kommst auch hier hin. So, dann gucken wir mal 8 Neuromods Was können wir da tun? Techniker Das können wir tun Sicherheit Dann hätte ich volle Lebensenergie Ach, das erhöht den Schaden Vielleicht ist das gar nicht so doof Von Sicherheitswaffen auf Was sind Sicherheitswaffen? Egal Techniker Der Angriff der Rotzanger hat eine Chance Auf 25% Bonusschaden Ja Das machen wir auf jeden Fall Dann brauche ich nicht mehr so viel meckern So, und einen heben wir auf Was sagt die Aufnahmezeit? Sieht noch gut aus Ach Mann, ich habe mich verdrückt Ich nehme das als Geschenk mit Hm Weiß nicht, warum ich das gemacht habe Ich habe es gemacht So Die sind leer Wo bin ich denn? Da hinten bin ich irgendwie rübergekommen, ne? Ach, reinlassen Tun die mich nicht, ne? Ich soll jetzt aber In Frachtraum Kann ich jetzt hier rein? Nein Lass mich rein! Aha, schwach Dann laufen wir hier wieder lang Habe ich schon Das meinen die nicht? Und so, ne? Nö, will nicht Ah, ich bin hier hoch, ne? Kacke Das hat doch vorn funktioniert Warum funktioniert denn das jetzt nicht? Machen wir das so 171 Kann ich nochmal an deine Vorräte? Oh Ja, ich bin verfressen Frachtraum Frachtraum Warum haben die mich jetzt wieder alle vollgequatscht? Dr. Hugh Waren Sie in den Besatzungsquartieren? Haben Sie meine Frau gesehen? Nicole Sie war dorthin unterwegs Wenn Sie sie finden Können Sie sie herbringen? Bestimmt Der Gedanke, dass sie vielleicht Eine dieser Kreaturen geworden ist Tut mir leid, Dr. Hugh Das war unangebracht Verzeihen Sie mir Eine Auswahl von Kampfneuromods Wäre jetzt nicht schlecht Haben Sie dieses goldene Zeug gesehen, das Sie machen? Wunderschön Aber es macht mir Angst Wie auch immer Chief Elaser erwartet Sie Dr. Hugh Da muss ich da hinten hin Da haben wir jetzt einen Weg Und das ist der Fabrikator Okay, da waren wir schon Wo ist sie denn? Wo ist denn der Chief? Bin bereit, Dr. Hugh Flascher Wir gehen mal nach oben Bisschen verwehrend Gebe ich zu Alfred Sam, jetzt kann ich auch mit allen reden Nee Da muss ich hin Machen wir mal Platz Wo bist denn du? Ach da Diagnostiziere Keine Traumata oder Krankheiten festgestellt Ich kann leider nichts für Sie tun Außer Sie haben Interesse an medizinischem Wissen Oder einem Witz Ohne Geschütze kein Code Zu unserem Besten Und Ihren Aha Was ist mit den Geschützen? Ja Super Oh Hier sind wieder tausend Sachen ausgesucht Mit diesem Ring So Im Bereich der Ladezone In der Neotiefrachtraum B Nimm dem Geschütz Ich hab doch Geschütze hergestellt Ach Spiel Wie soll ich das denn da hinkriegen? Ich kann es doch nicht mitnehmen Es ist so Manchmal ist das wirklich zum Heulen Willkommen Vielleicht kann ich Ihnen helfen Zum Heulen Deswegen Weil ich wirklich nicht weiß Was das Spiel jetzt von mir will Ich hab ein Geschütz hergestellt Ja und nun? Und das steht hier Das kann ich noch heil machen Hier liegt noch was Was ich nehmen kann Selbsthergestellte Geschütze Sind nicht feindselig Frachtraum B Da komm ich nicht rein Und nun? Ja Hm Ich verstehe dieses Spiel Wirklich nicht Ich Ihr habt's gehört Ne? Stelle Geschütze her Frachtraum Was ist das? Rote Operator Dispenser Ja Energiestation Lebenserhaltung Ich hab hier zwei Das reicht aber anscheinend nicht Und wie krieg ich die da jetzt hin? Ich weiß nicht wie ich die da hinkriegen soll Ich hab keine Idee Ich stell ihm die hier vor die Tür Hier Hier Da guck Da hast du Und nun? Ich weiß es nicht Komm ich vielleicht hier irgendwie rum Wartet mal Aber hier geht's ja nur in die Guts Hä? Ging da nicht vorne die Tür auf? Oder war das unten? Die ist zu Das war nicht unten Geschütze Jetzt kann er wieder nicht laufen Muss ich hier noch irgendwas machen? Nö Da ist irgendwas Was ist das da? Absenken Frachtoffsucht Ach die gehen jetzt wieder Aha Was seh ich denn da? Aua So nun Das ist genau das gleiche Geschütz Was ich hier auch hab Das trage ich jetzt mal zu den anderen Da lässt mich hier aber nicht rein Mal gucken was da steht Äh Äh Platziere das Geschütz In der Ladezone In der Nähe Zu Tür Frachtraum B Welcher Frachtraum bist du? Gibt es eine Markierung? Das ist die für Laderampe Ich kann natürlich nochmal In den anderen Container schauen Vielleicht ist da noch was drin? Was wir brauchen Jetzt gehen die ja auf Ja Das brauche ich auf jeden Fall Ich weiß zwar nicht was ich genommen habe Aber ich brauche das Das brauchen wir auf jeden Fall So Und wo ist jetzt Frachtraum B Ich könnte natürlich mal die Karte benutzen Außenbereich Außenbereich Frachtraum B Versand und Eingang Das ist da wo ich nicht durchkomme Gats Verladebucht Ich komme hier aber nicht durch Der lässt mich hier nicht rein Ich habe hier drei Hier Da Automatisches Auslöchergeschütz Ist das denn anders? Ich könnte die ja sogar noch verstärken Wo ist Frachtraum? Wie komme ich da jetzt hin? Hier gehe ich zu Gats Ist denn hier noch eine Tür Die ich noch nicht Hier ist doch nichts Ne Wo bin ich jetzt? M? Ja das habe ich mir gedacht Frachtraum B ist da Und da oben kriege ich nichts hin Ich kann ja wohl schlecht mit dem Ding in der Hand Da rüber hüpfen oder geht das? Wartet mal das probiere ich gleich mal Doch das geht Aber da komme ich doch nie im Leben da oben hoch Ich lege mir die mal hier hin Das ist ja ein Spielkram Das sind jetzt nur wilde Vermutungen meinerseits Weil ich ja nicht weiß was ich machen soll Oh schon wieder 30 Minuten Komm So Ich muss die Plattformen runterfahren Hier Das ist diese Hä? Der war doch hochgefahren Ich muss das probieren Ob das geht Ob ich das hinkriege Geschütz Super Klappt nicht Wie soll ich denn da jetzt Bitteschön mit dem Geschütz hochkommen Und reinkommen Ich habe keine Idee Ich habe absolut Keine Idee Hier geht es in den Außenbereich Was ist das hier? Das ist der Fahrstuhl Ich komme nur hier oben Hier oben drüber rein Warte mal Ebene 2 Hier komme ich rein Was ist das? Das ist die GATS Genau Lebenserhaltung GATS Verladebucht Und hier müssen ja die Geschütze Platziert werden Na gut Ich knobel in der nächsten Folge weiter Ist bisschen Mühselig Ich kann nochmal Ich habe Angst Ich mache hier was Sag mal So Wenn ich jetzt so ein Ding nehmen Und damit Wie ihr seht Funktioniert das hervorragend Weil ich nicht mehr klettern kann Dann Es bringt alles Gar nichts Fehler Charakteranpassung Benötigt Geht denn das da nicht rein Oder was? Ne Das geht hier nicht rein Macht ja auch keinen Sinn Ich probiere nochmal was aus Kann man den Was passiert wenn ich Dann gehen die kaputt Na klasse Na gut Mir reicht's Tschüss Bis zum nächsten Mal Dann habe ich bestimmt eine Lösung gefunden Ohne ich habe aufgehört zu spielen Lasst euch überraschen Mist Bis zum nächsten Mal